Jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 17. Soll das mit Aussprache stattfinden? Ja, ja, ja. Okay, das war ein Versuch wert. Tagesordnungspunkt 17, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Fraktionen BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Hessisches Gesetz zur Neugeschaltung der Fixierungsvorschriften. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vereinbarte Redezeit ist fünf Minuten. Der Gesetzentwurf wird vom Kollegen Uwe Serke eingebracht, Frankfurt Sossenheim. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung von SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Das mache ich gleich weiter einfach. Ich mache weiter. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir behandeln heute in zweiter Lesung den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Neugestaltung der Fixierungsvorschriften im Justizvollzugsrecht. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Juli 2018 präzise Bedingungen festgelegt, nach denen eine Fixierung der Psychiatrie und demzufolge ebenfalls im Justizvollzug rechtlich zulässig ist. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf passen wir die hessischen Vollzugsgesetze an diesen rechtlichen Rahmen an. Mittlerweile hat die schriftliche Anhörung im rechtspolitischen Ausschuss stattgefunden. Die überwiegende Mehrheit der Anzuhörenden hat positiv bewertet, dass Hessen dieses Gesetzesvorhaben im Justizvollzug zügig in Angriff genommen hat. Auch die materielle Ausgestaltung wird weitgehend sehr wohlwollend beurteilt. So wird gelobt, dass sowohl Strafgefangene als auch Bedienstete einen rechtssicheren Rahmen erhalten, dass ein Richtervorbehalt eingeführt wird und dass eine Fixierung als Ultima Ratio eingesetzt werden kann. Es gab in 2018 in den hessischen JVA insgesamt 17 Fixierungen. Dies unterstreicht, dass diese Maßnahmen auch bisher schon nur in ganz seltenen Fällen angewandt wird. Eine Stellungnahme der Anhörung lehnt Fixierungen generell ab. Wir als CDU-Fraktion sind der Überzeugung, dass Fixierungen in Ausnahmesituationen zum Selbstschutz des Gefangenen notwendig sein müssen und können dieser Stellungnahme nicht folgen. Meine Damen und Herren, der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt, Prof. Roman Poseck, empfahl in seiner Anmerkung, auf die bundesgesetzliche Regelung zu warten, um später nicht hessische Gesetze anpassen zu müssen. Die bundesgesetzliche Regelung ist mittlerweile am 28.06.2019 in Kraft getreten. Die Koalitionsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben daher einen Änderungsantrag, Drucksache 20.082, eingebracht, mit dem die Aspekte, die nun das Bundesgesetz regelt, aus dem Hessischen Gesetzentwurf herausgenommen werden. Dies betrifft gerichtliche Zuständigkeiten und Verfahren. Ebenso werden Verweise im Gesetzentwurf auf das neue Bundesgesetz angepasst. Und ja, lieber Herr Kummer, ich stehe ein, beim Verfahren des Einbringens des Änderungsantrags das können wir noch optimieren, aber geschenkt bitte. Meine Damen und Herren, ich möchte noch den Punkt des zusätzlichen Personalbedarfs bei den Amtsgerichten ansprechen. Das Hessische Justizministerium hat den Personalmehrbedarf bei den Amtsgerichten bereits beziffert und befindet sich im Einklang mit einer Personalprognose des Oberlandesgerichts. Die zusätzlichen Stellen wurden auch bereits mit dem Nachtragshaushalt beschlossen. Im Ergebnis erfüllen wir mit dem Gesetzesvorhaben die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ohne zeitliche Verzögerung und schaffen einen rechtssicheren Rahmen für die Betroffenen sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten. Deshalb werben wir als Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN um breite Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf und zum Änderungsantrag. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Serke. – Nächste Rednerin ist für die Fraktion der Freien Demokraten die Kollegin Schardt-Sauer. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich vorweg schicken, dass wir Freie Demokraten doch ein wenig verwundert sind, dass die Landesregierung mit ihrem vorgelegten Gesetzentwurf, der sehr gelobt wurde, zum Thema Fixierung leider aber nicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts komplett umsetzt. Das Urteil sagt nämlich, dass bei einer Fixierung in psychiatrischen Kliniken der Richtervorbehalt gewahrt werden muss. Es besteht dort ein dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf, ganz unstreitig. Die Landesregierung scheint es bisher jedoch verschlafen zu haben, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Fixierung in forensischen Einrichtungen umzusetzen. Das ist nämlich keineswegs, wie huldvoll verkündet, ein umfangreiches Gesetzespaket, das die Problematiken in verschiedenen Bereichen regelt. Die Fraktion der Freien Demokraten steht der Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für den Bereich der Justizvollzugsanstalten grundsätzlich positiv gegenüber. Die Anhörung, die sehr ausführlich schon zitiert wurde, und zur Vermeidung von Wiederholungen beziehe ich mich auch einmal darauf, gebe das umfassend wider. Zwar bezieht sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf forensische Einrichtungen, die mit Sicherheit einige noch zusätzliche Besonderheiten zu berücksichtigen haben. Aber natürlich ist die Situation in Gefängnissen vergleichbar. Das haben wir aus den Anhörungen mitgeteilt bekommen. Die Schaffung eines solchen Gesetzes für die Fixierung in Justizvollzugsanstalten, werte Kolleginnen und Kollegen, ist da natürlich folgerichtig. Denn man darf eines nicht vergessen. Das ist so ein technischer Begriff, Fixierung. Aber was ist das? Das ist ein schwerwiegender Grundrechtseingriff. Es handelt sich um den elementaren Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eines jeden Einzelnen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Es gibt, glaube ich, kaum eine intensivere Form von Zwangsanwendungen als diese Arten der Fesselungen, die dort beschrieben sind. Sie führen praktisch zur vollständigen Bewegungsunfähigkeit der Betroffenen. Aus Sicht von uns Liberalen müssen deswegen hohe gesetzliche Hürden geschaffen werden. Das darf bei allem kein Automatismus sein. Es muss immer wieder eine Einzelfallbetrachtung sein. Denn die Fixierung stellt immer einen Freiheitsentzug dar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fixierung kann und darf immer nur die Ultima Ratio sein. So wie definiert bei der Selbst- oder Fremdgefährdung durch Inhaftierte, im Weiteren dann in der Psychiatrie mit den Insassen. Die Anordnung der Fixierung unter engen Voraussetzungen und vor allen Dingen natürlich auch keinesfalls, niemals ein Dauerzustand, immer klar zeitlich befristet. Der Richtervorbehalt als Kontrolle zur notwendigen juristischen Beurteilung, neben der Frage der Fachkundigen, wie das in der unmittelbaren Situation ist. Das ist ein Aspekt der unmittelbaren Situation, wo schon auch noch nach der Inkraftsetzung des Gesetzes unser Augenmerk darauf gerichtet sein muss. Bei der Umsetzung, diese Bedeutung der Umsetzung, wenn die Bediensteten das machen müssen, die Richter, die jetzt im Stand-by sind, sind, hat massive Auswirkungen auf die Praxis. Man muss das Personal schulen, ungeachtet der Quantität, also Stellenzahl, das Berühmte, aber auch die Frage, wie ich damit umgehe, einen Insassen zu windeln. Das ist auch erst einmal zu vermitteln. Damit muss man umgehen. Da müssen Schulungsmaßnahmen gemacht werden und personell notwendige Aufstockung im Interesse der Mitarbeiter, aber auch in der angemessenen Umsetzung des Freiheitsentzugs. Im gerichtlichen Bereich, wie gesagt, wer sich mit den Amtsgerichten unterhält, mit den kleineren betroffenen Amtsgerichten, diese Stand-by-Zeit, diese Rufbereitschaft, was das personell bedeutet. Wir kommen gleich auch noch zur Frage der Attraktivität des Justizdienstes. Da müssen wir schon schauen, dass entsprechend aufgestockt wird. Da kann es nicht sein, dass, wie so häufig, leider in der Vergangenheit, die Stellennachbesserung, die wir jetzt im Nachtragshaushalt haben, irgendwie so wie die Teilung. Die dient für verschiedene Bereiche, wo man sie nehmen kann. Wir reden von der wirklichen personellen Aufrüstung, die da erforderlich ist. Wir stimmen daher dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu. Wir fordern Sie, Ihre Versäumnisse aufzuholen und die Fixierungen noch in psychiatrischen Einrichtungen ebenso sensibel anzugehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Schardt-Sauer. – Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Becher. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die höchstinstanzliche juristische Korrektur durch das Bundesverfassungsgericht, auf die dieser Gesetzentwurf reagiert, war dringend angezeigt. Sie verhilft einem grundlegenden Rechtsgut zur deutlicheren Geltung. Die Achtung vor der Würde des Menschen muss gerade und besonders in Psychiatrie – da kann ich der Vorrednerin nur noch einmal unterstreichend zur Seite gehen – ja, auch da müssen wir hingucken, im Psychiatrie- und Justizvollzug im demokratischen Rechtsstaat im Zentrum bleiben, die Würde des Menschen. Letztlich soll und muss bewusst gehalten und sichergestellt werden, dass die Fixierung eines Menschen, selbst wenn sie ausschließlich zum Selbstschutz oder zum Schutz Dritter eingesetzt werden darf, immer nur die Ultima Ratio darstellt. Dies soll und muss durch ärztliche, psychologische, juristische Fachlichkeit gewährleistet werden. Dazu sieht das vorgelegte Gesetz Abläufe und Zuständigkeiten vor. Die sind ausführlich beschrieben, die den handelnden Personen – das ist wichtig – den Handelnden Personen Rechtssicherheit geben und den Betroffenen – das ist das allerwichtigste – Schutz. Wie bei jeder guten Gesetzgebung liegt allerdings eine wesentliche Aufgabe darin, die Folgen so abzuschätzen, dass die Umsetzung funktioniert und die Intention des Gesetzes auch zum Tragen kommt. Anders gesagt, auch dieses Gesetz hat Hausaufgaben für die Landesregierung. Dazu möchte ich drei kurze Bemerkungen machen. In der Begründung findet sich der Satz, die Beteiligung eines Arztes oder einer Ärztin wird im Übrigen sichergestellt. In der Praxis werden das die Leitungen der Justizvollzugsanstalten zu gewährleisten haben. Aber was bedeutet das für eine kleine JVA? Nehmen wir einmal Limburg ohne feste Arztstelle. Wenn lediglich Verträge für einzelne Sprechstunden bestehen, kann die rechtsverbindliche Hinzuziehung eines Arztes oder einer Ärztin zum ernsthaften Problem werden. Das Gesetz setzt letztlich einen ärztlichen Dienst voraus, der rechtsverbindlich in einem Bereitschaftsdienst hinzugezogen werden kann. Nur so werden die Verantwortlichen vor Ort dem neuen Fixierungsgesetz in den JVA wirklich nachkommen und rechtskonform handeln können. Dafür ist jetzt Sorge zu tragen, dass das gut im Blick ist. Die Zuständigkeit der Richterinnen und Richter an den Amtsgerichten ist nachvollziehbar durch die regionale Nähe aufs Amtsgericht delegiert worden. Aber auch hier werden wir im Detail hinschauen müssen, wie der damit zugewiesenen hohen juristischen Anforderungen gut entsprochen werden kann. Was bedeutet ein Bereitschaftsdienst für die Abläufe und die Organisation kleiner Amtsgerichte? Welche besondere juristische Befähigung ist gefordert? Wie werden zum Beispiel Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen am Amtsgericht angemessen begleitet? Werden die vorgesehenen zusätzlichen Stellen zur Entlastung wirklich ausreichen, so wie sie geschnitten sind? Diese Fragen stellen sich. Sie haben sie angesprochen. Sie sind Folgen der neuen Gesetzgebung, die jetzt bedacht werden müssen. Schließlich noch einmal zur Dokumentation, die ich schon bei der ersten Lesung angesprochen habe. Die Ministerin hat mir in ihrer Antwort die Zahl der Fixierungen in den hessischen JVA genannt. Ja, soweit ist das auch dokumentiert. Aber jetzt im Gesetz ist eine sehr ausführliche Dokumentation vorgesehen, wo alle Details und Schritte beschrieben sind. Die Qualität dieser Dokumentation, glaube ich, wird nur dann zum Tragen kommen, wenn es zu regelmäßigen Evaluierungen zur Fixierungspraxis im Strafvollzug und, ich ergänze, auch in den psychiatrischen Kliniken kommt. Darüber wird im Zusammenhang zu sprechen sein. Wie machen wir das? Haben wir Instrumente, um Fixierungszahlen zu reduzieren? Gehen wir auch neue Wege? Gerade in der Psychiatrie gibt es ja auch Methoden. Halten statt fixieren. Da müssen wir hingucken. Dafür ist das Monitoring wichtig, und das ist das Instrument, das das Gesetz anbietet. Nehmen wir es also ernst. Zum Schluss eine kleine Anmerkung an Herrn Serke. Ja, das Verfahren ist optimierbar. Das war doch eher verwunderlich und hat sich der Logik nicht so ganz erschlossen. Das erklärt auch, warum wir an dieser Stelle mit einer Enthaltung reagiert haben, weil wir einem Gesetz nicht zustimmen konnten, was bei der Abstimmung bereits überholt war. Anders ist es jetzt. Die Zustimmung in der Sache hat dieses Gesetz, und so werden wir als SPD-Fraktion diesen Weg mitgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Becher. Nächster Redner ist der Vizepräsident, Kollege Wilken, für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vorrednerinnen und Vorredner haben schon auf die Problematik dieses Gesetzes, das wir heute abstimmen, hingewiesen. Ich will noch einmal sehr deutlich sagen, dass Menschen in psychischen Ausnahmesituationen in Behandlung gehören und nicht fixiert in Haftanstalten. Dr. Zinkler hat in der Anhörung zu Recht die Frage aufgestellt, warum Fixierungen in Haft überhaupt zulässig sein sollen. Für diejenigen unter Ihnen, wir sind ja nicht alle Fachleute in allen Gebieten, die sich da nicht so auskennen, empfehle ich die Artikel, die Herr Zinkler uns zur Verfügung gestellt hat, die solche Zwangsmaßnahmen sehr eindrücklich beschreiben, aus der Sicht der Betroffenen. Meine Damen und Herren, wir brauchen deutlich mehr präventive Maßnahmen. Mein Vorredner hat auch darauf hingewiesen, die die Situation verhindern, in denen Fixierungen als notwendig erachtet werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Da sind wir dann ganz eindeutig bei Anforderungen an viel mehr Personal mit medizinischem Sachverstand. Hierzu leistet das Gesetz leider nichts. Meine Damen und Herren, es reicht auch nicht, dass, wenn eine Person fixiert wurde, einmal am Tag ein Arzt vorbeikommt. Es ist aus unserer Sicht untragbar, dass die Sitzwache, die vorgeschrieben ist, nicht durch Fachpersonal durchgeführt werden muss. Hierauf hat auch der Richterbund eindringlich hingewiesen. Ich will jetzt wegen der Späte der Stunde nicht mehr alle Mängel, die in der Anhörung deutlich geworden sind, aufzählen. Die Landesregierung hat die Unterlagen sicherlich genauso genau studiert wie ich selbst oder auch andere. Deswegen kann man das da noch einmal nachlesen. Aber ich will auch noch einmal eine kleine Bemerkung zu den Verfahrensabläufen machen. Der Begriff, den Sie, Herr Serke, benutzt haben, ist optimierbar, ist nun einmal sehr euphemistisch. Wir haben im Ausschuss über ein Gesetz abgestimmt, das zu dem Zeitpunkt überholt war. Sie haben zwei Monate, nachdem das Bundesgesetz verabschiedet und in Kraft getreten ist, uns dann einen Änderungsantrag zugeleitet, über den wir dann gleich abstimmen werden. Da fällt mir also noch ein bisschen mehr ein, als dass es optimierbar ist. Optimierbar und dringend notwendig ist darüber hinaus, das finde ich sehr peinlich, dass wir bisher nichts haben zum Maßregelvollzugsgesetz, nichts zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz und nichts zur Psychisch-Kranken-Hilfe. Die müssen auch an die verfassungsrechtlichen Anforderungen angepasst werden, vielleicht sogar auch das HSOG. Da warten wir dringend darauf, dass wir dort die notwendigen Änderungen endlich auch machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wilke. Nächster Redner ist der Abg. Gaw für die Fraktion der AfD. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Durch die Entscheidung des auch in den letzten beiden Tagen hier viel zitierten Bundesverfassungsgerichts vom 24.07.2018 ist zwar nicht direkt in Hessen, aber grundsätzlich Handlungsbedarf entstanden, was das Thema Fixierung angeht. Vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle aber zunächst einmal für die gute Arbeit des Bundesverfassungsgerichts bedanken, das in gewisser Regelmäßigkeit fehlerhafte politische Entscheidungen einkassiert und korrigiert. Hier senden wir auch gleich einen Gruß an Ihre Kollegen in Berlin, die mittlerweile davon ein Lied singen können. Aber weiter zur Sache. Wir haben durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt klare Vorgaben. Daraufhin kann eine rechtskonforme Anpassung stattfinden, und diese liegt hier größtenteils vor. Ich möchte hier jetzt nicht weiter auf die wenigen Mängel, die vorliegen, eingehen. Dies haben meine Vorredner bereits getan. Glücklicherweise haben wir im hessischen Vollzug nicht sehr viele Fälle von 5- oder 7-Punkt-Fixierungen. So hatten wir beispielsweise im letzten Jahr 17 Fälle. Nichtsdestotrotz erachten wir es als vernünftig, dass die Fixierung als eine Sonderform der Fesselung nunmehr unter Richtervorbehalt steht. Um die Rechtmäßigkeit einer solchen Maßnahme feststellen zu lassen, wenn auch in der Praxis, also in einer konkreten, selbstgefährdenden Situation eines Insassen, wegen der Gefahr im Vollzuge sich eigentlich nichts ändern wird und in der Regel die Rechtmäßigkeit immer erst im Nachgang der Maßnahme festgestellt werden kann oder eben auch nicht. Genau diese Unsicherheit bei den Bediensteten wird nicht gelöst. Der Termin zur Änderung hat auch den Bund gezwungen, zu handeln und eine entsprechende Änderung hervorgerufen. Somit ist es richtig, dass auch wir in Hessen eine Gesetzesänderung vornehmen, und die AfD-Fraktion begrüßt dies ausdrücklich. – Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Gaw. – Nächster Redner ist der Abg. Schauder für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Am 22. Mai hatten wir die erste Lesung zu diesem Gesetz. Seitdem hat eine schriftliche Anhörung im Ausschuss stattgefunden. Wir haben darüber diskutiert. Aber an dem Inhalt hat sich doch eigentlich nicht viel geändert. Mittlerweile ist zwar ein neues Bundesgesetz in Kraft getreten. Seit dem 28. Juni ist das gültig. Das regelt mittlerweile auch die Gerichtsorganisation. Und darauf haben wir auch in unserem Änderungsantrag Rücksicht genommen. Richtig ist, dass bei der Einbringung des Änderungsantrags sicherlich nicht alles ganz richtig gelaufen ist. Dass das in Zukunft besser gemacht wird, ist klar. Aber ich will daran erinnern, wenn ich die Debatte im Ausschuss richtig in Erinnerung habe, dass das eigentlich der einzige Grund war, weswegen auch die Vertreterinnen und Vertreter der Opposition den Gesetzentwurf erst einmal nur enthalten haben. Jetzt hatten Sie genügend Zeit, den Änderungsantrag auch noch einmal zu prüfen. Insofern dürfte einer Zustimmung heute nichts mehr im Wege stehen. Wir sind uns einig darum, dass wir Menschenrechte schützen wollen. Ich bin froh, dass darüber Einigkeit in diesem Haus besteht. Und dann ist auch klar für uns in der Konsequenz, dass Fixierungen im Strafvollzug die Ultima Ratio bleiben müssen. Niemand möchte sie gerne einsetzen, weder wir im Haus, weder die Vollzugsbeamtinnen vor Ort, noch die Gefangenen möchten, dass diese Maßnahme zum Einsatz kommt. Das ist völlig klar und deswegen begrüße ich es ausdrücklich, dass unser Gesetzesentwurf auch über die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts dahingehend hinausgeht, dass wir nur in den Fällen einer erheblichen Selbstgefährdung eine solche Maßnahme zulassen. Herr Kollege Wilken, ich bin da auch in dem Punkt völlig Ihrer Meinung, dass es schöner wäre, wenn wir diese Maßnahme überhaupt nicht bräuchten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich finde es aber schade an dieser Stelle, dass Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss es zumindest versäumt haben, dann Vorschläge zu machen, wie man das in der Praxis stattfinden lassen könnte. Weil ich habe verschiedene Justizvollzugsanstalten besucht, ich habe dort auch mit den Bediensteten gesprochen und zumindest vor Ort hat mir niemand eine wirkliche Alternative präsentieren können. Und wenn man eben einmal in einem besonders gesicherten Haftraum gestanden hat, sich in eine solche Situation hineinversetzt, ein Strafgefangener schlägt zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Wand, dann ist es auch unsere Fürsorgepflicht als Staat, dass wir Maßnahmen dagegen haben. Solange es keinen niedrigen Eingriff als die Fixierung gibt, müssen wir wohl oder übel darauf zurückgreifen. Im Interesse der Gefangenen, aber auch im Interesse der Justizvollzugsbeamtinnen haben wir dieses Gesetz hier in den Landtag eingebracht. Wir schaffen damit klare Voraussetzungen. Ich möchte an der Stelle auch noch einmal betonen, dass die Stellungnahme der Leiterin der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main 4 ausdrücklich lobt, dass wir eine Legaldefinition für Fixierung vorgenommen haben. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte zusammenfassen. Es ist auch schon spät. Da muss ich die Redezeit nicht komplett ausschöpfen. Wir wollen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schnell umsetzen. Ich denke, dass es für den Strafvollzug sehr gut gelungen ist, wie die Stellungnahmen auch in großem Tenor bewiesen haben. Darum bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schauder. – Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind in der zweiten Lesung für ein Gesetz, das sich mit den Fixierungsvorschriften im Justizvollzug beschäftigt. Die Fixierungen im Justizvollzug sind ein notwendiges Übel, auf das zum Schutz von Gefangenen vor sich selbst leider nicht verzichtet werden kann. Das hat das Bundesverfassungsgericht genau so gesehen und hat weiter zusätzliche Anforderungen an die Durchführung von Fixierungen gestellt und einen Richtervorbehalt für diese Maßnahmen gefordert. Diesen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts wurde durch den eingebrachten Gesetzentwurf in vollem Umfang nachgekommen, und dies insbesondere auch, um möglichst zügig Rechtssicherheit für Betroffene wie auch für Bedienstete zu schaffen. Ich kann in Abstimmung mit dem Kollegen Klose sagen, dass natürlich auch für die psychiatrischen Einrichtungen eine solche Vorschrift geschaffen werden muss. Da sind viel mehr Einrichtungen betroffen und am Ende auch andere Partner und andere Gesetze. Auch diese Initiativen sind in Vorbereitung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, warum wir jetzt sozusagen noch ein bisschen vorangegangen sind, ist, weil im Vollzug die Einschränkungen natürlich noch viel, viel enger sind. Deswegen können Sie sicher sein, dass die Landesregierung auch das demnächst vorlegen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Rechtspolitischen Ausschuss und im Unterausschuss Justizvollzug ist die schriftliche Anhörung durchgeführt und debattiert worden. Deshalb will ich darauf hinweisen, dass der hessische Entwurf deutlich strenger ist als die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, er lässt Fixierungen nur zu bei Eigengefährdung eines Gefangenen oder einer Gefangenen. Das wurde bereits in der Vergangenheit in Hessen so gehandhabt und wird nun gesetzlich geregelt. Das bedeutet, unsere Praxis in Hessen bedurfte keiner Änderung, auch nicht durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil genau diese strenge Regelung schon vorher in der Praxis durchgeführt wurde. Deswegen ist das, was jetzt geregelt wird, eine Rechtssicherheit der Praxis in Hessen. Alle Vorredner haben darauf hingewiesen, dass insbesondere angesichts der Massivität des Eingriffs auch weiterhin Zurückhaltung geboten ist, bevor es zu einer Fixierung kommt. Deswegen werden wir sehr darauf achten, dass wir von dieser Linie in Hessen nicht abweichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch zwei Sätze sagen, die wichtig sind, weil der Kollege Becher gesagt hat, dass Vorsorge getroffen werden muss. Ja, natürlich. Wir haben schon im Nachtragshaushalt, was die Fixierung angeht, Stellen zur Verfügung gestellt, damit der Richtervorbehalt umgesetzt werden kann. Ja, es ist auch richtig, Ärzte müssen beigezogen werden. Das ist übrigens, wenn wir die Praxis in der Vergangenheit betrachtet sehen, schon damals der Fall gewesen, dass auch dort Richter und Ärzte hinzugezogen werden mussten. Natürlich gibt es ein System, wie das auch möglich ist, auch bei den Haftanstalten, in denen keine Ärzte in der Nacht sind. Da gibt es Bereitschaftsdienste, und die Wege werden natürlich jetzt noch einmal neu geordnet, die dann herbeigezogen werden. Ich freue mich darüber, dass dieser Gesetzentwurf bei dieser schwierigen Frage nach der Anhörung im Ausschuss gezeigt hat, dass die Redner gesagt haben, dass es eine breite Zustimmung geben wird. Darüber freue ich mich sehr. Wenn der Gesetzentwurf jetzt beschlossen wird, werden die Betroffenen in deutlich höherem Maße geschützt, als dies anderswo der Fall ist. Wir bekommen Rechtssicherheit, und ich bin dankbar für die konstruktive Beratung im Ausschuss und im Plenarsaal. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Es liegt hier ein Änderungsantrag vor, mit der Drucksache 20-1082, Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Denen lasse ich zuerst abstimmen. Wer für die Annahme des Änderungsantrags ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist der Antrag angenommen bei Stimmenthaltungen der Fraktion DIE LINKE. Ich lasse dann über den Gesetzentwurf in der nunmehr geänderten Fassung abstimmen. 20-1063 zu 20-627. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Antrag bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE. Wer dafür stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Stimmt jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE den Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. Herzlichen Dank dafür!